Ich muss unbedingt einen Kaffee trinken. Ach nein, vorher muss ich dieses Video beenden und dann muss ich Pause machen. Heute geht es um das Modalverb MÜSSEN. Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina und willkommen zu Perfektes Deutsch. Das Modalverb MÜSSEN habe ich tatsächlich im letzten Video über die Modalverben vergessen, dafür gibt es jetzt hier ein extra Video nur für dieses Modalverb. Zunächst einmal die Konjugation, sehr unregelmäßig. Ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Das heißt, im Singular haben wir ein U und im Plural haben wir das Ü, den Umlaut. Müssen benutzen wir immer für eine, Achtung, intrinsische Motivation. Das bedeutet, die Motivation kommt von innen, von mir. Ich sage, ich muss Pause machen. Das heißt, ich bin kaputt. Ich habe keine Energie mehr. Ich muss jetzt Pause machen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Das ist deine Aufgabe. Deine Motivation muss jetzt da sein für die Hausaufgaben. Wir müssen Deutsch lernen. Das ist die Motivation. Wir wollen in fünf Jahren perfekt Deutsch sprechen können. Also müssen wir jetzt Deutsch lernen. Die Motivation ist von mir, meine Motivation. Das heißt intrinsisch. Wir sagen auch oft, die Aktion ist obligatorisch. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss das machen. Der Kühlschrank ist leer. Wir haben keine Milch, kein Obst, kein Käse, keine Wurst. Wir müssen einkaufen. Oder wir essen morgen nichts. Wenn wir nichts zu essen haben, müssen müssen wir einkaufen gehen. Müssen ist also das stärkste Modalverb für eine Motivation von innen. Meine Motivation. Was aber ist der Unterschied zwischen müssen und sollen? Sollen benutzen wir, wenn die Motivation extern ist von einer anderen Person? Ich koche. Ich sage, das Essen ist fertig. Könnt ihr bitte kommen? Das Essen ist fertig. Könnt ihr bitte kommen? Dann gehe nicht ich. Meine Tochter geht zu Papa und sagt, Papa, das Essen ist fertig. Du sollst kommen. Das hat Mama gesagt. Das heißt, die Idee zum Essen kommen ist nicht die Idee von meiner Tochter. Es ist die Idee von mir. Wir haben also drei Personen. Ich koche meine Tochter und der Papa. Meine Tochter gibt die Information weiter. Natürlich ist es nicht falsch, wenn sie sagt, Papa, du musst zum Essen kommen. Das ist okay. Aber das Verb sollen benutzen wir manchmal falsch. Zum Beispiel in der Situation. Ich koche. Essen ist fertig. Und dann gehe ich zu meinem Mann und sage, das Essen ist fertig. Du sollst kommen. Das ist falsch. Denn sollen braucht immer eine externe Person. Ich sage also, das Essen ist fertig. Du sollst kommen. Dann kann mein Mann sagen, ich soll kommen. Wirklich? Wer sagt das? Dann muss ich sagen, naja, ich sage das. Und dann funktioniert das nicht mehr. Wenn aber meine Tochter sagt, Papa, du sollst zum Essen kommen. Dann fragt Papa wirklich, wer sagt das? Und meine Tochter antwortet, Mama hat das gesagt. Sollen braucht also immer eine externe Motivation, eine dritte Person. Und jetzt noch den wichtigen Unterschied zwischen dürfen und müssen. Wir haben schon gelernt, bei einer Negation mit dürfen sprechen wir von einem Verbot. Sie dürfen hier nicht mit dem Fahrrad fahren. Das ist absolut verboten. Sie dürfen dort mit dem Fahrrad fahren. Dort ist es erlaubt. Nicht dürfen heißt absolut verboten. Dürfen heißt aber, ich kann mich entscheiden, ob ich nun mit dem Fahrrad fahre oder ob ich nicht mit dem Fahrrad fahre. Die Information, du darfst dort mit dem Fahrrad fahren, heißt aber nicht, dass ich mit dem Fahrrad fahren muss. Ich kann auch laufen. Und das ist der Unterschied. müssen positiv ist obligatorisch. Ich muss. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich bin so spät. Oh nein, ich muss mit dem Fahrrad fahren. Oder ich komme zu spät. Aber müssen mit einer Negation bedeutet, dass ich mich entscheiden kann. Oh, wow! Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Also muss ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Aber ich kann mit dem Fahrrad fahren. Hm. Dann fahre ich mit dem Fahrrad. Aber ich fahre langsam. Ich koche eine Suppe. Hm. Hier, die Suppe ist für dich. Meine Tochter isst die Suppe. Hm. Mama, die Suppe schmeckt mir nicht so gut. Dann sage ich, okay, du musst die Suppe nicht essen. Das heißt, meine Tochter kann sich jetzt entscheiden. Ist sie die Suppe oder isst sie die Suppe nicht? Nicht. Müssen mit Negation heißt, wir können uns entscheiden. Es ist nicht obligatorisch. Es ist fakultativ. Ja oder nein. Du musst die Suppe nicht essen. Und meine Tochter sagt, Okay, danke Mama. Ich probiere noch einen Löffel und dann entscheide ich mich. Nein, tut mir leid, Mama. Die Suppe schmeckt mir wirklich nicht. Okay. Positiv müssen heißt, sie hat keine Chance. Es ist obligatorisch. Du musst die Suppe essen. Das ist dann wie eine Regel. Sie hat keine andere Möglichkeit. Das bedeutet also, müssen positiv ist obligatorisch. Ich habe keine andere Chance. Müssen negativ ist fakultativ. Du musst nicht Deutsch lernen. Du kannst auch Spanisch lernen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.